Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Thema Binomialverteilung. Wir schauen uns diesmal die sogenannten Umkehraufgaben an. Das heißt, hier geht es nicht direkt um die Berechnung irgendeiner Wahrscheinlichkeit für irgendeinen bestimmten Fall, sondern beispielsweise, wenn die Stichprobe nicht gegeben ist oder P nicht gegeben ist. In solchen Fällen nennt man das dann Umkehraufgabe. Schauen wir uns das am besten gleich anhand eines Beispiels an. Man weiß, dass 17% aller Fluggäste Waren am Zoll vorbeischmuggeln. Wer das Video Binomialverteilung Wahrscheinlichkeiten berechnen angesehen hat, weiß worum es geht. Wie viele Fluggäste muss man mindestens kontrollieren, um mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit mindestens einen Fluggast zu erwischen, der Waren am Zoll vorbeischmuggeln. Das sind jetzt ein paar mindestens, die aber alle ihre Daseinsberechtigung haben. Denn wie viele Fluggäste, also uns geht es um die Anzahl, um die Stichprobe, muss man mindestens kontrollieren. Also ich brauche eine bestimmte Anzahl an Fluggästen, die ich kontrolliere, damit ich mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit, weil ich will ja 95% oder höher haben, eine Wahrscheinlichkeit, damit ich mindestens einen Fluggast habe, den ich erwischen kann. So, wenn man das ins Mathematische übersetzt, heißt das so viel wie, p von x größer gleich 1 muss 95% ergeben. Also die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Fluggast, der Waren am Zoll vorbeischmuggelt, muss die Wahrscheinlichkeit 0,95 sein. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Wahrscheinlichkeit für, also p von x ist gleich 0, gleich 0,05 sein muss. Denn p von x größer gleich 1 sind ja all jene Fälle, die von 1 bis zu unserem Stichprobenumfang n gehen. Somit ist die einzige Wahrscheinlichkeit, die in diesem Ausdruck nicht inkludiert ist, die Wahrscheinlichkeit für den Fall 0. Also, dass 0 Fluggäste Waren am Zoll vorbeischmuggeln. Und dieses p von x ist gleich 0, kann man berechnen oder zumindest so tun, als würde man es berechnen und damit dann sich natürlich sein n ausrechnen. Das heißt, wir setzen jetzt einfach in unsere binomial verteilte Formel ein, n über 0, n kennen wir nicht, das heißt, da lassen wir das n stehen, 0, weil unser k natürlich 0 ist. Unser p waren die 17%, also 0,17 hoch 0, mal 1 minus 0,17 hoch n minus 0 und das Ergebnis muss 5% ergeben, also 0,05. So, jetzt ist das natürlich noch eine relativ undurchsichtige Sache hier, aber wir können hier ein bisschen aufräumen. Dieses n über 0, egal was das n ist, ergibt immer 1. Der Binomialkoeffizient, n über 0 ist immer 1. Selbiges gilt für 0,17 hoch 0, also egal welche Zahl ich hoch 0 rechne, es kommt immer 1 raus. Das heißt, ich kann hinschreiben, 1 mal 1 mal 0,83, weil ja 1 minus 0,17 ja 0,83 ergibt. Hoch n, n minus 0 kann ich auch aufräumen, ist nur noch n, ist gleich 0,05. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eigentlich nur noch 0,83 hoch n, ist gleich 0,05 stehen, weil das 1 mal 1 können wir uns getrost auch schenken. So, wenn ich jetzt mir n ausrechnen möchte, dann könnte ich jetzt natürlich hergehen, Taschenrechner, Gleichungslöser oder ein GeoGebra in CAS eingeben und schon hätte ich mir mein n ausgerechnet. Das tun wir hier in dem Fall jetzt nicht, sondern wir wollen es ja auch händisch uns anschauen. Wie man es am Taschenrechner macht, können wir uns dann in einem anderen Video anschauen. Wir müssen jetzt hier logarithmieren, das heißt, es kommt der ln ins Spiel. Immer wenn sie eine Hochzahl sucht, braucht sie den Logarithmus, um diese Hochzahl berechnen zu können. Das heißt, wir holen die Hochzahl vor den Logarithmus, denn der Logarithmus holt immer die Hochzahl runter. Somit haben wir stehen, n mal ln von 0,83 und auf der rechten Seite dann ln von 0,05. Jetzt brauche ich nur noch durch den Logarithmus von 0,83 dividieren und erhalte dann, n ist gleich ln von 0,05 durch ln von 0,83. Und wenn ich mir das ausrechne, dann ist n 16,08. Und jetzt hier ganz, ganz wichtig, wir müssen, egal wie klein die Zahl hinterm Komma ist, und hier in dem Fall ist sie ganz, ganz klein eigentlich, wir müssen dennoch immer auf die nächste ganze Zahl aufrunden. Denn würden wir nur 16 Fluggäste kontrollieren, werden sich die 95% nicht ganz ausgehen, mit der wir ja mindestens einen Fluggast erwischen möchten. Und somit muss ich das auf 17 Fluggäste erhöhen. Damit wird vermutlich die Wahrscheinlichkeit sogar bei 96 oder 97% liegen, das ist egal. Deshalb sind ja diese mindestens hier in der Angabe drin gewesen. Also bitte, bitte merken, das n, das ihr hier ausrechnet, unbedingt immer auf die nächste ganze Zahl erhöhen. Das heißt, selbst wenn hier 16,08 rauskommt, sind das bei uns 17 Fluggäste. Schauen wir uns eine zweite Möglichkeit an, wie so eine Umkehaufgabe aussehen kann. Nämlich, wie hoch müsste der Anteil an Fluggästen, die Waren am Zoll vorbeischmuggeln, sein, damit bei 15 Fluggästen mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit mindestens ein Fluggast dabei ist, der Waren am Zoll vorbeischmuggelt. Wir haben wieder ein paar mindestens im Satz drinnen, die sind aber auch hier wieder vonnöten. Das heißt, hier in dem Fall wissen wir, wie viele Fluggäste wir kontrollieren, also 15 Fluggäste. Wir wissen wieder, dass die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Fluggast, der Waren am Zoll vorbeischmuggeln will, 95% sein soll. Das heißt, wir können wieder übersetzen, p von x größer gleich 1 ist 0,95, so wie zuvor auch schon. Auch hier können wir wieder den Schluss ziehen, dass daraus natürlich folgt, dass p von x gleich 0 gleich 0,05 sein muss. Wir setzen wieder ein. Diesmal kennen wir unser n, das sind 15. Unser k ist wieder 0. Das, was wir diesmal nicht kennen, ist unser p. Das heißt, wir haben 15 über 0 mal p hoch 0 mal 1 minus p hoch 15 minus 0. Und das Ganze soll wieder 5% ergeben. So, wir haben ja vorher schon gesagt, irgendeine Zahl über 0 ergibt immer 1. Irgendeine Zahl hoch 0 ergibt auch wieder 1. Das ist auch egal, ob da jetzt ein p steht. p hoch 0 wird genauso 1 ergeben, egal was ihr für p dann einsetzt. Das heißt, uns bleibt wieder 1 mal 1, das können wir im Grunde genommen auch weglassen. 1 minus p hoch 15, 15 minus 0 ist 15 bekanntlich, ist gleich 0,05 übrig. So, jetzt hilft uns der Logarithmus aber nicht weiter, weil einen Logarithmus, wie gesagt, brauchen wir ja nur dann, wenn wir die Hochzahl ausrechnen wollen. Entsprechend müssen wir hier jetzt eine Wurzel ziehen. Und zwar nicht irgendeine Wurzel, sondern die 15. Wurzel, weil wir hier hoch 15 stehen haben. Das heißt, wir haben jetzt dieses 1 minus p hoch 15 von dem 15 befreit. Haben nur noch 1 minus p hier stehen. Dafür auf der rechten Seite die 15. Wurzel aus 0,05. Jetzt kann ich plus p rechnen, damit ich da dieses unsägliche Minus loswerde. Habe dann 1 ist gleich, 15. Wurzel aus 0,05 plus p. Dann bringe ich noch die Wurzel selbst wieder retour auf die andere Seite und kann mir jetzt mein p ausrechnen, indem ich 1 minus die 15. Wurzel aus 0,05 ausrechne. Und da kommen dann 0,181 raus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann 18,1%. Und ein drittes Beispiel möchte ich auch noch mit euch durchgehen. Und zwar, hier geht es jetzt darum, wenn ich einen Erwartungswert und eine Standardabweichung gegeben habe, kann ich anhand dieser beiden Werte mir auch mein n und mein p ausrechnen. Das heißt, wir haben hier jetzt bei einem anderen Flughafen, wissen wir, dass erwartungsgemäß 14 Fluggäste schmuggeln und die Standardabweichung 3,47 ist. Und wir möchten jetzt wissen, wie viele Fluggäste wurden an diesem Flughafen kontrolliert und wie hoch ist an diesem Flughafen der Anteil der Fluggäste, welche waren am Zoll vorbeischmuggeln. Das heißt, wir haben ja unseren Erwartungswert 14 und der Erwartungswert ist ja nichts anderes als n mal p. Des Weiteren haben wir unsere Standardabweichung, die 3,47. Und da wissen wir ja wieder, das ist die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. All jene, die GeoGebra verwenden oder den T in Spire verwenden, könnten jetzt diese beiden Gleichungen einfach in ein Gleichungssystem eingeben und lösen. Für all jene, die das gerne noch ein bisschen weiterrechnen wollen, denen empfehle ich jetzt die nächsten paar Sekunden. Denn wir haben ja hier 14 ist gleich n mal p. Und in diesem Standardabweichungsausdruck hier steckt ja auch n mal p. Das heißt, ich kann dieses n mal p durch 14 ersetzen. Und jetzt habe ich hier nur noch einen Ausdruck, der aus einer einzigen Variable besteht, nämlich aus p. Das heißt, auch all jene, die in T82 oder T84 verwenden, könnten jetzt hier im Solver dieses Problem lösen. Wir werden trotzdem das Ganze jetzt noch händisch weiterrechnen. Denn auch das ist jetzt da keine Tragödie. Das heißt, wir werden hier einfach jetzt mal quadrieren. Das heißt, hoch 2 rechnen. Entsprechend erhalten wir hier jetzt da 12,04. Dafür verschwindet hier mal die Wurzel. Jetzt kann ich als nächstes durch die 14 dividieren. Erhalte dann hier 0,86 ist gleich 1 minus p. Wandel das Ganze noch um auf p ist gleich. Und siehe da, mein p ist 0,14. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal sagen, an diesem Flughafen schmuggeln aller Voraussicht nach derzeit 14% aller Fluggäste. So, und aus diesem p ist gleich 0,14, kann ich jetzt natürlich auch mir mein n ausrechnen. Da wissen wir ja, 14 ist gleich n mal p. Somit ist 14n mal 0,14. Man braucht jetzt nur noch durch 0,14 dividieren. Und schon ist unser n auch ausgerechnet. Und das ist, wo, ehrlich Wunder, genau 100. Das heißt, an diesem Flughafen werden 100 Fluggäste kontrolliert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fluggast Waren am Zoll vorbeischmuggelt, liegt hier bei 14%. Das war es zu den Umkehaufgaben der Binomialverteilung. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und euch ein paar Informationen geliefert. Ihr findet natürlich sämtliche Unterlagen dazu als PDF auf matago.at und natürlich noch viele, viele weitere Videos, die euch sicherlich auch weiterhelfen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem dieser wieder. Vielen Dank.